Hallo zu einem kurzen Infovideo Mal wieder Das zweite, jetzt in Folge In Folge, ja Ja, die erste Folge ist beim Hochladen Ja, also das Infovideo ist kurz Wir packen einen Link von Facebook Für die Fragen nochmal Ist uns eingefallen, wegen dem Facebook-Account Werden wir uns nochmal machen Und wegen den Fragen, den verlinken wir noch Aber jetzt in diesem Video Da könnt ihr halt bei Facebook Fragen stellen Ja, auch uns als Freunde hinzufügen Natürlich, wir sind ja auch gute Freunde Ja, ja Von wegen Was haben wir gesagt? Ja, aber Ihr könnt Fragen stellen Wir machen ein Video, es gab eine Frage Wie gesagt, jede Frage ist uns wichtig Jedes Kommentar ist uns wichtig Und jeder Daumen ist uns wichtig Und von ab und zu mal ganz Abgesehen Was ist das für eine Erfindung? Was? Eine Laterne mit einem Busch Eine Laterne mit einem Busch Ich sehe das sonst nicht Achso Das sieht man auf YouTube nicht Eine Buschlaterne Tatsache Eine Buschlaterne Wie hohl ist das denn? Ich versuche genau zu zeigen Warte, das muss ich machen Ich kann das am besten Ich fordere dich heraus Warte, da kommt ein Auto Ich bin jetzt hier lang fest Warte mal Was wollten wir eigentlich sagen? Ach ja, wegen dem Facebook gehört Ja, ihr könnt uns da Fragen stellen Wir heißen aber auch Rasmair Maximus Genau Genau, wie wir auf dem Kanal auch heißen Und Was ist denn? Warte, das müsst ihr euch angucken Das ist zu geil Der klatscht sich die ganze Zeit auf dem Bauch Wieso? Alter, was ist das für ein Bild? Wieso? Auf einmal ist es so dunkel Ja, es ist ja auch nur mittlerweile halb zehn Na gut Da wollte man nicht so sein Aber, äh, ja Wie gesagt Ihr könnt uns Fragen auf dem Facebook-Account stellen Und wir sehen uns Bis zum nächsten Video Ciao